Drei neue legendäre Pokémon ab heute weltweit verteilt, beziehungsweise bei uns, 6 Uhr morgens, am 1. September dann, damit geht es weiter mit ein wenig Pokémon Go. Raikou, Entei und Suikun sind nun da und von Mewtwo fehlt noch jegliche Spur. Der Beitrag, der offizielle, Mewtwo wird noch kommen, keine Sorge, aber noch nicht für jeden und noch nicht sofort. In den letzten Wochen haben wir viele fantastische Geschichten von Tränen gehört, die zusammen die ersten legendären Pokémon in Pokémon Go gefangen haben. Ja, der legendäre Sommer ist da und die Abenteuer gehen noch weiter, nämlich mit den drei legendären Bestien, a.k.a. Raubkatzen. Und zwar ist das folgendermaßen, Raikou wird man nur in Amerika einen Monat lang antreffen können, und zwar vom 31. August bis zum 30. September. Entei, das legendäre Feuer-Pokémon, gibt es in Europa und Afrika im ersten Monat, und Suikun, das legendäre Wasser-Pokémon, dann im Asien-Pazifik-Raum. Danach, am 30. September, wechseln die drei Kollegen und es wird wieder circa vier Wochen lang die Möglichkeit geben, die andere Raubkatze zu fangen. Und zu guter Letzt dann noch ab dem 31. Oktober das dritte legendäre Pokémon im Bunde. Das ist mal die Sache. Dann sprechen sie auch von den exklusiven Raid-Kämpfen, die allerdings erstmal nur im sogenannten Feld-Test, kann man wie einen Beta-Test vermutlich verstehen, released werden. Bedeutet, nicht weltweit oder eben nicht flächendeckend. Vielleicht hier in der großen Stadt, da in der großen Stadt, dann müssen die erstmal Daten auswerten. Was war dort so? Wie ist es abgegangen? Gab es Probleme? Gab es Bugs? Und so weiter. Und danach soll das eben von Zeit zu Zeit auch weltweit verfügbar sein. Und zwar, ab dem 6. September sollten die ersten exklusiven Raid-Feld-Tests verfügbar sein. Die Einladungen erhält man wohl vorab und dann am 6. September geht es los. Da werden sie jedoch noch auf Kritik eingehen, die man über Social Media äußern kann, beziehungsweise, ja, die ganzen Dinge werden sie dann noch anpassen, bis wirklich jeder dann Mewtwo, vermutlich Mewtwo verfügbar hat. Also, ich muss sagen, damit hätte wohl, glaube ich, niemand gerechnet. Direkt so schlagartig, jetzt habe ich circa 20 Videos über Mewtwo gemacht und jetzt kommt nicht nur Mewtwo, sondern drei weitere legendäre Bestien. Heftige Sache, aber wie gesagt, wir in Europa, Zeitverschiebungen und so, haben vermutlich noch Zeit bis morgen, bis zum 1. Obwohl das im deutschen Artikel dran steht hier, ab 31. August, wird jedoch vermutlich nicht so sein. Aktuell, wo ich hier spreche, und das ist schon kurz vor der Raid-Sperrstunde, ist noch keine Sicht von den neuen Legendären, von daher kann man noch die Vögel fangen. Und genau, dann geht's los. Na gut, dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, es geht einfach nicht so weiter. Boop, boop.